In diesem Pixard Air Snippets Tutorial lernen wir, wie man die Farbvereinstellungen in Pixard AX verwendet. Die Farbvereinstellungen befinden sich im Effekte-Tab im Werkzeugbereich. Klicken Sie nun auf Voreinstellung, um die Farboptionen anzuzeigen. Alle Farbvereinstellungen in Pixard Air sind übersichtlich nach Themen gruppiert. Wählen wir eine Farbvereinstellung aus dem Urban Theme, die gut zu unserem Bild passt. Die Beach-Voreinstellung betont das Bild besonders. Klicken Sie einfach darauf, um sie hinzuzufügen. Jede Voreinstellung wird mit einem eigenen Schieberegler geliefert. Sie können anpassen, wie stark der Effekt auf Ihr Bild angewendet wird. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie einfach auf Anwenden. Nun, da Sie wissen, wie man Farbvereinstellungen verwendet, viel Spaß beim Erstellen mit Pixard Air X.